Jetzt soll ich ihn töten? Warum? Erschlagen wir ihn mal? Stand erschlagen ihn, dann erschlagen wir ihn. Ah, die goldene Klaue, Dankeschön. Arbeitstagebuch. Gott, hat der scheiß Klamotten. Naja. Ich muss schon wieder aufstoßen, man hört's. Ähm... Ist hier irgendwas im Schrank? Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Alles leer hier. Ah, da ist was drinne. Ohne ist leer. Da ist was drinne. Die ist leer. Okay, ähm... Ich hab gerade mitgekriegt, wir sind irgendwie ein Level aufgestiegen. Benutze ich jetzt aber noch nicht. Falls wir nochmal einen dicken Gegner haben, können wir nämlich die neue Stufe nehmen. Und dann kriegen wir nämlich Energie dazu. Oh oh. Komm her, du Skelett-Kopf. Oh, da ist aber einer böse. Er ist bestimmt sauer, weil ich seinem Kollegen eine reingehauen hab. Oh, da ist das. Alte Nordkrieg... Kriegsachs 10. 22. Nee, das ist alles ein Minus. Der ist leer. Knochenmehl. Das nehmen wir mal mit alles. Eisenschwert. Nö, das brauchen wir nicht. Oh, guck mal, da steht wieder ein Kollege auf. Pam! Zack! Da haben wir ihn erlegt. Eis im Pfeile, gut. So, wir wählen mal wieder unsere Handwaffen aus. Haben wir den durchsucht? Nein, okay, doch haben wir. Der hat Gold. Kommt noch mehr von den Fächern hier. Hallo? Okay, so wie es aussieht, nicht. Kontrollieren wir mal alles hier. Äh, okay. Das stinkt schon ganz leid. Das stinkt schon richtig nach Falle. Ich wette, wenn wir da rauf gehen, Leute, dann knallt das Teil gegen uns und dann sind wir tot. Guck mal, da liegt einer. Der steht hundertprozentig auf. Was zur Hölle? Okay. Der hatte irgendwas, hat Eis auf uns geschossen. Er wollte uns tot sehen. Wir haben ihm nichts getan. Wer entdeckt uns denn immer? Wir sind doch versteckt. Da hinten liegt wieder einer. Der steht hundertprozentig auf, Leute. Den schießen wir jetzt von hier. Oh, oh. Oh, oh. Du, ich verstehe deine Sprache nicht. Winzig, das brauchen wir nicht. Ah, hier, Kollege. Der hat mal wieder gesessen. Oh, herrlich. Ja, da liegt er hier ausgestreckt. Mann, die kriegen aber auch nichts zu essen, die Leute, ne? Gott, sind die dann. Kollege, musst du mal was essen? Vielleicht. Ach so. Boah, ich hab mich schon erschrocken. Vielleicht bist du dann auch ein bisschen stärker. Ähm. Was, den haben wir hier hingeschossen? Krass. So, goldene will mit winziger Seelenstein, gefüllt mit armseliger Seele. Das ist doch nett. Was ist da oben noch was? Ähm, okay. Ah, eine Truhe. Ah. Okay, das war jetzt, weil wir den schon, ich glaube, schon etwas länger gebraucht haben. Bricht er dann noch irgendwann ab? So, dann haben wir das auch. Stahlkolben. Okay, den haben wir schon. Sonst haben wir hier alles durchsucht, oder? Waren wir bei dem? Ja, der ist schon, der ist leer. Jetzt müssen wir hier durch. Das ist am besten, wenn man das so macht. Au. Ja, wir sind einfach zu breit. Was sollen wir denn machen? Ähm. Ist hier noch irgendwas? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Sklautte. Oh, oh. Oh. Ach, komm her, du Arsch, du. Na, komm doch. Na, komm doch. Deine Mutter ist dünn. Wie du. Tja. Daneben. Na, komm, komm. Na, komm. Wieder daneben. Warum geht das nicht ab? Man kann das abschlagen. Ich hab das gesehen. Okay, dann so. Boah, Mann. Ich hab in einem Video gesehen, dass man das abschlagen kann. Warum geht das nicht? Scheiße. Egal. Wir haben ihn platt gemacht, das reicht. Ja, der, der, der da steht, der, der ist, das, man erkennt die eigentlich schon, wenn man aufpasst, dass die, dass die gehen, also dass die böse sind. Das, das sieht man sofort. Ha. Das sieht man denen an der Schnauze an. Den Leuten. Müsst ihr mal mit drauf achten. So, jetzt aber. Was? Zur Hölle. Boah, dir hau ich so. Eine Faust, Alter. Meine Fäuste sind aus Eisen, du Opfer. Komm her, du Vogel. Hier. Hau ich dich kaputt, du. Das gesehen, hier haben wir mit der Faust, haben wir ihn kaputt gemacht, haben wir ihn. Da hat er ein paar Ditchies von uns gekriegt. Haben wir ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. So, wir müssen mal aufpassen. Nicht, dass wieder so ein paar College People aufstehen und denken, sie können uns platt machen. Hm, haben wir hier alles geguckt überhaupt? Ich gehe einfach so schnell vorwärts. Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, 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 ja. Hm. Hier ist nichts mehr. Falls ich irgendwas übersehen habe oder so, schreibt es in die Comments. Dann gehen wir nochmal in die Halle. Und holen nämlich das, was wir vergessen haben. Okay. Aha, da geht die Tür schon auf. Sollen wir den mit Bogen wieder machen? Ja, den machen wir wieder mit Bogen. Wir arbeiten da aber ein bisschen vor. Das ist gar nicht schlecht, wenn wir mit dem Bogen auch trainieren. Peng. Headshot. So. Ähm. Kommt hier noch einer raus? Okay, der hat nur Gold-Gier-Lappen. Äh, Eisen-Streitkolben, nein. Der hat weniger Power als unserer. Ist hier noch irgendwas in den Ecken? Nö. Ich glaube, da müssen wir auch hier längs. Okay. Okay, da ist eine Höhle. Da wollen wir mal lieber ganz vorsichtig sein. Ihr wisst ja, Bären und sowas. Schimmel, Pilze, was auch immer da gerade stand. Schimmer, ach Schimmer, nicht Schimmel. Äh, Schimmerpilze. Und was sehen meine Augen? Das ist doch Eisenerz, oder? Ah, komm, Leute. Hier liegt nicht umsonst eine Spitzhacke. So, das nehmen wir alles mit. Jo, schön Eisenerz ernten. Irgendwann, Leute, müssen wir uns echt nochmal eine Schmiede besorgen. Also so eine Schmelzofen heißt das. Da kann man die Sachen nämlich reinpacken und dann kann man daraus Eisenerz machen. So, wir gucken uns hier aber trotzdem nochmal um. Was ist das? Ein Trollschädel, okay. Für auch immer, wenn man den braucht. Wir brauchen ihn nicht. Das ist noch Erz hier, oder? Ähm. Ihr wollt mir jetzt sagen, hier sind keine Gegner. Nichts. Nada. Okay, in der Truhe. Gold. Feuerball. Heilung. Okay. Aha, doch, da unten ist einer. Okay, der hat uns entdeckt. Dann gehen wir den mal boxen. Ah, da ist er ja schon. Bam. So, jetzt kannst du weiter rutschen. Ähm. Haben wir hier alles? Was leuchtet denn hier so? Sind das nur diese Schimmerpilze, die immer so hell sind? Krass. Ist hier irgendwo, ich suche immer noch gezielt die Wände ab, nach Eisenerz oder was auch immer man noch alles an Rohmaterialien finden kann. Okay, wir müssen hier weiter. Okay, wir müssen hier weiter, aber hier geht's runter. Das heißt, da ist eine Truhe. Ist da noch ein Gegner? Hallo? Nein. Sieht so aus, als wenn da Ruhe ist. Ein Skelett hat natürlich wieder zwischen den Rippen ein paar Goldmünzen. Da können wir nicht durch. Skelett hat wieder auch ein paar. Ist so witzig irgendwie. Ah, Novize. Das ist doch gut. Ja, wir hätten einfach gerade lassen sollen. Toll. Zwei Dietriche, das ist gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Dann gehen wir mal weiter. Hopp. Aber wofür brauchen wir die goldene Klaue? Sollen wir die einfach nur holen für ihn, oder? Okay. Brauchen wir alles für Alchemie? Ihr wisst ja, Leute. Alchemie ist so schön Alchi. Ähm. Okay, wo sind wir hier? What the f- Da ist ein Gegner. Wieder Bogen, würde ich sagen, ne? Hups. Der war aber voll daneben. Der hat gesessen. Oh, oh. Oh, oh. Komm her. Ja. Ja. Hopp. Hopp. Das ist immer genial. Oh, Mann. Okay, Amnethist. 120 wert. Können wir alles verschnubbeln? Ähm. Ist hier noch irgendwo einer? Was war das? Okay, das ist nichts. Wir sind Höhlenforscher. Wir forschen die Höhlen. Eine Trummelde. Lehrling! Okay. Gut, haben wir offen. Rolle der Geisel der Untote bis Stufe 30 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Oh, oh. Eisenhelm. 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 17. Minus. Okay. Unser hat 19. Äh. Oder 20 muss unser haben, oder? Wenn es minus 3 ist. Ja, 20. So. Halle. Allerheiligstes. Okay. Ähm. Ja. Wir ducken uns immer, dass die uns nicht immer gleich sehen. Die Gegner. So können wir da mal ein bisschen... Okay, da höre ich schon wieder was. Oh, shit.